Servus, kommen wir heute endlich zu einem Test, für den ich mir ein bisschen länger Zeit gelassen habe, als ich eigentlich gebraucht hätte. Aber gerade bei teuren Produkten will ich einfach im Alltag wissen, ob die auf längere Zeit vielleicht was Nerviges mit sich bringen könnten. Und ja, das dauert halt ein bisschen länger. Es geht um die Quad- wie auch AudioLab 4 und auch Endstufenkombination, die eben, und das ist das Coole, aus dem gleichen Mutterkonzern sind. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, aber da sind halt doch klar zwei verschiedene Federnwerke gewesen. Denn in vielen feineren, kleinen Details gibt es eben doch Unterschiede. Der größte ist natürlich der Klang, auf den werden wir dann später eingehen. Erstmal kurz auf die Geräte. Einmal hätten wir den Quad-Athera Play Plus für knapp 1.460 Euro. Gibt es da auch die Nicht-Plus-Variante, also den Vorgänger, der ist knapp 500 Euro billiger. Also, falls du zum Beispiel Dinge wie Bluetooth oder so nicht braucht, könnt ihr da gerne ein bisschen Geld sparen. Ansonsten noch eben die Stereo-Endstufe für 1.753 Euro. Landen wir bei einem Combo-Preis von knapp 3.200 Euro. Bei AudioLab seid ihr dann hunderte drunter, denn dort kostet der 8.300 CDQ 1.460 Euro. Aber die Endstufe eben nur knapp 1.656 Euro. Wobei, als ich die bekommen habe und vor der ganzen Mehrwertsteuersache waren die noch gleich auf. Also, das kann ein bisschen hin und her fluktuieren. Würde ich jetzt allerdings sagen, kommen wir zu den Geräten, gucken uns die mal ein bisschen genauer an. Und da ich das einheimig eben so besser kann, zeige ich eben nur erstmal die Fotos. Also, links haben wir Quad und rechts haben wir AudioLab. Hier nochmal ein Bild von einer anderen Perspektive. Wir seht ja schon, dass zum Beispiel der AudioLab hinten ein bisschen tiefer ist, wo zum Beispiel der Quad eigentlich gleichmäßig ist. Wobei der eben schmaler ist, glaube ich mit 34 Zentimeter, hat der AudioLab noch die klassischen 43 Zentimeter. Und da ist es eben absolut persönlicher Geschmack. Was mir sehr schön auch noch gefällt bei dem Quad ist allgemeines Design mit den Kühlrippen. Habt ihr vorne oben allerdings auch, seht ihr schon, diese Glasplatte. Die könnt ihr auch wegnehmen. Dann könnt ihr die ganze Einheit auch eben tiefer setzen. Das gleiche ist eben bei der Endstufe wie auch bei der Vorstufe sichtbar. Aber natürlich, persönlicher Geschmack müsst ihr selber entscheiden. Was ihr dann eben vorne seht, bei dem Quad ist nicht allzu viel. Da gibt es im Prinzip nur die CD-Auswurf-Taste plus eben noch An- und Ausschalter. Natürlich auch noch das Display, wo ihr eben dann zum Beispiel, glaube ich, noch seht, dass es zwei verschiedene Anzeigemodi gibt. Also einmal seht ihr nur den Eingang und eben die Kilohertz-Radio oder jeweils, was da angezeigt wird. Und dann eben noch plus die Lautstärke. Die Lautstärke selbst ist aber aus der Distanz schon meiner Meinung nach absolut unmöglich abzulesen. Also aus drei, vier Meter Entfernung keine Chance. Wenn ihr in dem Modus seid und dann die Lautstärke ändert, wird sie euch groß genug angezeigt. Aber das eben nur für ein paar Sekunden. Finde ich das jetzt eigentlich bei dem Audio Lab schöner gelöst. Und das ist jetzt nur abgehackt, weil das wahrscheinlich OLED-Display sind und eben beim Flackern das eben so abgehackt wurde. Aber da seht ihr eben auch die Kilohertz-Rate, die ist drunter. Die ist eben gerade nicht sichtbar, weil es nicht angeschlossen war. Seht ihr die Quelle, aber auch permanent die Lautstärke. Und hier habt ihr eben zusätzlich noch Bedienelemente, die ihr schon sehen könnt, wo ihr eben Lautstärke und so weiter auch durch die Eingänge wechseln könnt. Aber eben auch sichtbar der Kopfhörerausgang. Der ist nämlich, das ist sehr, sehr geschickt gemacht, bei dem Quad hier unten versteckt. Den sieht man eigentlich nahezu gar nicht genauso wie den Infrarot-Empfänger. Haben sie meiner Meinung nach sehr, sehr schön gemacht. Ansonsten, was ich noch zeigen wollte, ist die Beleuchtung. Denn bei dem Audio Lab sieht es so aus, dass der, wenn er aus ist, rot leuchtet. Wenn er an ist, aber auch nur eben ein bisschen stärker. Das kommt auf den Bildern allerdings nicht runter. Aber ihr seht manchmal eben nicht direkt, gerade wenn es heller ist, ob er jetzt an ist oder aus. Wenn zum Beispiel das Display natürlich aus wäre. Bei dem Quad ist anzumerken, dass dieser gelbe, dieser weiße Streifen hier unten, der ist permanent beleuchtet und leider auch nicht optional abschaltbar. Aber manchmal hätte ich es gern, eben komplett dunkel nachts. Aber er ist sehr, sehr dezent. Also so wie ihr das jetzt seht, ist er auch nachts nie irgendwie überstrahlend oder so weiter. Natürlich könnt ihr die Helligkeitsstufen der Displays ein bisschen verändern. In glaube ich drei Stufen oder so weiter. Aber so sieht es dann eben aus. Ich habe das jetzt nochmal hier ein bisschen überhellt, damit ihr das sehen könnt. Also auch gerade mit der größeren Displaygröße, auch wenn es auf dem Foto jetzt nicht so gut sichtbar ist, würde ich sagen, kommen wir jetzt schon auf die Rückseite. Und da seht ihr eben schon, sieht ein bisschen anders aus vom Layout. Aber rein von den Anschlüssen eigentlich nahezu gleich. Denn wenn wir jetzt kurz mal zum Quad kommen, sehen wir eben zweimal eben koaxial Eingang und eben digital. Dann jeweils ein Eingang für optisch und eben auch koax. Dann gibt es eine Bluetooth Antenne. Das hat zum Beispiel der AudioLab nicht. APD XHD, also Versatzfrei und so weiter, läuft alles. Dann gibt es eben USB-Deck. Es gibt auch einen USB-Slot, also mit Typ A für ein Update. Das hat der AudioLab auch nicht. Ob der das irgendwie anders machen kann, weiß ich jetzt allerdings nicht direkt. Dann eben XLR. Dann noch ein Trigger-Out. Nur einen allerdings. Dazu kommen wir gleich noch. Dann gibt es eben noch für Chinchen-Pre-Out. Und dann gibt es zwei analoge Eingänge. So, bevor wir zu der Endstufe kommen, gucken wir jetzt nochmal kurz die Vorstufe von AudioLab an. Sieht hier einfach ein bisschen anders vom Design aus, weil der halt anders aufgebaut ist. Aber auch hier seht ihr eben XLR und eben auch Chinch als Ausgang. Dafür habt ihr allerdings, das seht ihr hier eben einen Chinch mehr, wenn ihr den eben braucht. Und an digitalen haben wir im Prinzip das gleiche. Plus eben USB und hier eben zwei Trigger. Und das wahrscheinlich aus dem Grund, weil es erstens mal, anstatt eben nur dieser Stereo-Endstufe, die ihr da unten seht, eben noch zwei Monoblöcke gibt. Aber eben auch noch einen N6000 Netzwerk-Receiver. Den könnt ihr dann übrigens auch über die gleiche Fernbedienung nutzen. Und der ist optisch ein bisschen anders. Also der Silberton ist ein bisschen anders. Also vielleicht eher zu schwarz greifen. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu der Endstufe bei dem Quad. Ihr könnt ein paar Lautsprecher anschließen und das eben entweder per XLR oder Chinch und das eben aussuchen. Und dann gibt es halt noch den Trigger-In. Bei AudioLab gibt es die Möglichkeit, zwei Lautsprecher anzuschließen, wobei ich jetzt nicht gesehen habe. Ich hatte allerdings nicht zwei Lautsprecher gleichzeitig dran, ob man den eben aussuchen kann, A und B läuft oder ob die, also wie die jeweils auswählbar sind. Weil normalerweise kann man ja aussuchen, Lautsprecher A, Lautsprecher B oder eben beide. Ich habe halt einfach nur eingesteckt und das eine Part, das ich hatte, lief halt. Also vielleicht mal das Handbuch genauer angucken. Ansonsten gibt es auch hier XLR und auch Chinch und dafür eben zwei Triggers wieder, war es das. So, jetzt kommen wir zu der Fernbedienung. Und, ja, man merkt schon, gleiche Mutterkonzernen sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt eben doch ein paar Unterschiede. Zum Beispiel, und das kann ich euch jetzt mal kurz zeigen, nehme ich jetzt mal den Quad in die Hand. Das hört ihr jetzt allerdings nur. Der hat einen soften Druckpunkt, wo jetzt der AudioLab ein lauteres Klicken hat. Also nur so ist mir das direkt mal aufgefallen. Auch die Textur ist oben ein bisschen anders. Der Empfang ist minimal besser bei dem AudioLab. Allerdings funktioniert der beim Quad ja auch. Möchte ich jetzt allerdings mal kurz eher auf die Unterschiede eingehen. Und wie die Fernbedienung eben mehr Sinn macht bei dem einen als den anderen. Also ihr seht schon einfach ein bisschen unterschiedlich hier. Vermute und so weiter. Dann das hier macht im Prinzip das Gleiche. Dann könnt ihr halt bei dem AudioLab, weil es da eben auch noch einen normalen Verstärker gibt. Wahrscheinlich ist es dann die gleiche Farbe, den und den Netzwerk Receiver zwischen den Devices wechseln. Aber das ist da, wo der Unterschied entsteht. Und da macht man nochmal nach AudioLab ein bisschen einen Patzer. Denn könnt ihr bei Quad, wie ihr hier noch sehen könnt, jeden Eingang eben einzeln auswählen. Müsst ihr eben bei dem AudioLab immer durch die Source klicken. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel da drei, vier dazwischen habt, zwischen den zwei, die ihr nutzt, dann fand ich das schon ein bisschen nervig. Ansonsten sind die meisten Tasten allerdings fast nicht irgendwie belegt. Also nicht in einer normalen Nutzung, weil außer ihr benutzt natürlich den CD-Player. Aber Display könnt ihr ein- und ausschalten. Info könnt ihr halt ändern bei beiden. Durch die Filter gehen. Da hatte der AudioLab, wenn ich mich nicht täusche, sieben. Wo halt der Quad nur vier hat. Reißt sich allerdings nicht raus. Aber ansonsten sehr, sehr ähnlich. Machen wir jetzt nochmal kurz weiter mit dem letzten Bild. Da seht ihr das Ganze nochmal eben so direkt von hinten. Und das wäre es im Prinzip schon gewesen. Kommen wir jetzt zurück zu mir. Bei dem Quad gibt es ein Fade-In und Out, wenn ihr eben mutet. Also das ist nicht ein hartes, abruptes wie beim AudioLab. Es geht eben smooth. Dann die Filter, die habe ich schon erwähnt. Und eine Sache, das könnte allerdings eben anlagentechnisch sein, strombedingt, hatte der Quad einen absolut clean Output. Also der über XLR angeschlossen. Ganz normales Rauschen eben an den Lautsprechern. Aber kein Brummen, kein Surren oder so. Hatte allerdings der AudioLab eine leichte, aber eine dezente Brummschleife, die ihr auch vom Sitzplatz eigentlich nicht hört. Aber ist mir halt aufgefallen. Und gerade durch XLR soll es eher weniger der Fall sein. Aber bei meinem Stromkreislauf im Haus, ja, kann ich davon nichts garantieren. Also Klang. Kommen wir kurz zuerst zu dem Quad. Also beide haben definitiv klare Unterschiede. Und deswegen wird es eigentlich schon das der Hauptunterschied sein, zu welchem ich mir greifen wollte. Denn der Quad ist definitiv stärker gesoundert. Wenn ich jetzt stärker gesoundert habe, sage ich nicht, der ist extrem gesoundert. Aber im Vergleich eben. Denn Bass ist auf jeden Fall ein bisschen stärker angehoben. Die Höhen jetzt im Vergleich eigentlich nicht so. Aber das Gute ist, die Mittenfallen nicht wirklich. Nicht wirklich, dazu komme ich gleich noch. Aber eventuell halt nicht unbedingt was für mittenschwache Lautsprecher. Das ist mir einfach so im Test mit ein paar bestimmten aufgefallen. Weil manche, wo da eben noch sehr, sehr viel Potenzial hatten, wenn die das ein bisschen verloren haben, hat es nichts ausgemacht. Aber bestimmte Lautsprecher, die eben gerade da schon ein bisschen verhaltener waren, da ist es dann halt schon eher zum Tragen gekommen. Aber ansonsten generell, ja, würde ich sagen, eher voller warmer, runder und eben angenehmer Klang. Und er klingt an sich eigentlich immer noch schön, natürlich absolut. Aber vielleicht eben nicht ganz so neutral. Und ich würde ihn jetzt einschätzen für passender für jüngere Leute. Und das eben auch gerade genre-technisch. Weil er gerade bei Popmusik ein bisschen spektakulärer ist. Bei Bassflastikmusik, auch bei Metal und so weiter. Kann er natürlich auch jetzt Klassik, aber da kam er mir schon, ich will nicht sagen verfärbt drüber, aber ein bisschen gefärbt und ein bisschen, ja, das Ganze nicht mehr ganz so akkurat darstellend. Aber ansonsten, was mir bei der Bühne auch gefallen ist, gerade mit den Piergern, die ich gerade habe, die Coax 511. Die Bühne ist leicht komprimierter, die ist leicht schmaler, aber dafür eben ein bisschen voller, dichter. Also ist er allgemein der spektakulärere. Und bei dem Audio Lab gibt es im Folgenden zu sagen, der ist spürbar, ich will nicht mal unbedingt sagen schlanke, aber halt neutraler. Er ist allerdings auch leicht hallender, was immer das jetzt auch heißen soll, habe ich mir damals bei Notizen aufgeschrieben. Könnten wir auch, glaube ich, weglassen, weil das ist mir so letzten Tage nicht mehr aufgefallen. Aber beim Bass spielt er potenziell kräftiger. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich erkläre das einfach in der Form, dass er gefühlt dort mehr Dampf hat, aber er ist dort dezenter abgestimmt. Heißt praktisch, wenn wir das vom Equalizer so sehen würden, dass der Quad das ein bisschen angehoben hat, was der Audio Lab nicht hat. Aber man merkt beim Audio Lab, bei bestimmten Phasen, mit bestimmten Lautsprechern, dass dort noch mehr Energie wäre, wenn er sie denn auch präsentieren wollen würde. Aber ansonsten ist er allgemein deutlich neutraler. Die Mitten, und das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, die kommen hier jetzt ein bisschen besser zur Geltung. Es ist nicht die Welt, aber es ist eben spürbar, gerade wenn ihr auf Vocals eben steht oder eben nicht unbedingt die Vocals verlieren lassen wollt in eben der Musik. Ansonsten Vocals so leicht rausgestellt, habe ich schon gesagt. Und das Ganze klingt eben allerdings ein bisschen weniger dynamisch, klingt ja meiner Meinung nach ein bisschen gelassener. Teilweise bei manchen Musikern, gerade mit manchen Lautsprechern, die eben schon dazu tendieren, leicht fade. Und deswegen würde ich sagen, und das ist jetzt nicht kritisch gemeint für Ältere, sagen wir einfach erfahrene Hörer und das eben auch genretypisch. Weil er hat meiner Meinung nach einen angenehmen, runderen Job gemacht, jetzt gerade bei klassischer Musik und eben Konzerten und eben Balladen und so. Da fand ich, war er passender, einfach abgestimmt. Bei der Bühne, die finde ich auf eine Art leicht besser, weil sie weiter ist und ein bisschen luftiger. Aber nicht halt ganz so voll und dicht wie eben bei dem Quad. Und er integriert sich meiner Meinung nach eben ein bisschen besser in ein breiteres Strecktum an Lautsprechern. Wo der Quad meiner Meinung nach eben eher an, würde ich mal sagen, eben dadurch, dass er jüngere Leute kriegt, an moderner, abgestimmtere Lautsprecher abgestimmt ist. Also eher, wenn man was Bassigeres haben will, dann hat er das und was Spaßmachenderes. Wenn man auch öfter vielleicht mal Filme gucken will, etwas ein bisschen mehr Dynamik. Und der Audio Lab, der tut jetzt nicht so irgendwie verschönern oder so, aber er macht das Ganze manchmal so ein bisschen runder, so ein bisschen gelassener. Macht jetzt nicht jedes Detail so super extrem, klar präsent oder nicht so revealing oder enthüllend, aber er ist der rundere. Also wenn ihr hauptsächlich chillendere, entspannende Musik hören wollt, dann macht er das einfach angenehm. Nicht, dass der Quad nicht kann, aber ja, sollte einfach so erwähnt werden. Und wenn ich schon eben die beiden erwähne, wie sieht es denn abgesehen von den Vorstufen aus? Denn ich habe das Ganze auch eben mit einer Referenzvorstufe mal probiert und zwar wäre das nochmal RME Additude Deck. Kopfhörer verstärker plus eben auch eben Vorverstärkung und so. Und das jeweils nur mit den Endstufen getestet. Und was der zum Beispiel gemacht hat, der hat dem Quad so dieses bisschen gesoundete, leicht weggenommen. Hat auch die Bühne ein bisschen leichter geöffnet. Das Ganze ein bisschen klarer und angenehmer gemacht. Und ich muss sagen, so hat mir die Abstimmung eigentlich besser gefallen. So hätte ich die Combo gern gehabt. Denn das leicht gesoundete bei bestimmten Lautsprechern, die eben schon nicht ganz so neutral sind, könnte mit bestimmter Musik in bestimmten Räumen, die eben dazu neigen, das vielleicht ein bisschen zu heftig darstellen. Und dann fand ich, hat das der RME Additude Deck eben sehr, sehr angenehm gemacht. Mit eben dem Vorteil, dass er Equalizing-Möglichkeit und so weiter hat. Was eben bei den beiden leider nicht der Fall ist, was ich noch erwähnen wollte, was ich total vergessen habe. Die haben leider keine Klang-, also Einstellungsmöglichkeiten, also kein Bassregler, Höhenregler oder so. Die haben eben nur diese Filter. Und diese Filter persönlich, also wenn es nach mir geht, könnte man die komplett leck lassen. Weil ich könnte euch schwören, wenn ihr jetzt von dem Audio Lab, jeden dieser sieben Filter eine Stunde oder zehn Stunden hört und ich euch dann irgendeinen x-beliebigen reinmache, kein Mensch könnte jemals sagen, das ist der von den sieben. Weil die Unterschiede sind zwar da, aber meiner Meinung nach belanglos. Da macht eine Klangregelung meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn. Und bei dem Audio Lab hat sich die ganze Sache mit dem RME eben so dargestellt, dass der ein bisschen mehr Dynamik bekommen hat. Der wurde eben dieses kleine bisschen Wasserfades eben in Richtung spritziger. Die Bühne ist genauso schön geblieben, wurde allerdings leicht voller. Also auch da wiederum hat der RME besser gepasst. Deswegen muss ich halt sagen, ich bin von den zwei Endstufen auf jeden Fall sehr, sehr irgendwie angetan, weil die viel Power haben, sie haben einen angenehmen, eben absolut noch, ja eben nicht die digitalisierten Klang klingen sie sehr, sehr angenehm, sehr, sehr musikalisch, geben viel Details her, aber jetzt nicht irgendwie gezwungenermaßen analytisch zu viel angenehm. Aber im Bass haben sie absolut die Gewalt, allerdings auch die Kontrolle, die Präzision, dass sie da wirklich alles gut abdecken können. Aber von der Abstimmung, also in Richtung Vorstufen, hätte man das ein bisschen besser machen können. Und das bringt mich jetzt eigentlich schon zum Fazit und wenn ich mich für einen der beiden entscheiden müsste, dann wäre es bei mir die Quad geworden, auch einfach aus dem Grund, da also mir A ein bisschen schöner gefällt, was natürlich subjektiv ist von den Anschlüssen. Wie gesagt, ist ja nahezu alles gleich, aber da hätte ich halt schon Bluetooth dabei. Der zweite Lautsprecheranschluss ist jetzt für mich nicht so wichtig, aber ich habe eben zum Beispiel gerade im Alltag die Vorteile, dass ich die Eingänge direkt anwählen kann. Dass die Fernbedienung sich meiner Meinung nach ein kleines bisschen hochwertig anfühlt und eben diesen sanfteren Druckpunkt hat. Ansonsten, ja, das wäre es grundsätzlich gewesen bei dem Audio Lab. Wie schon gesagt, die etwas komische Bedienung eben mit den Eingangswahlen. Ihr habt allerdings dort eben den Vorteil, dass ihr die Filter habt. Ihr habt da die Möglichkeit, dass ihr eben direkt, ja, Serien fast passen, weil es eben die 6000er Serie ist, nicht die 8000er. Habt ihr eben noch einen Netzwerkplayer, eben einen zweiten Trigger. Ihr könnt ein zweites Pärchen Lautsprecher einstellen. Und wie schon gesagt, der Hauptunterschied, und ich sage, wie schon gesagt, leider ein bisschen zu oft, aber der Hauptunterschied ist, beim Klang zu suchen. Und da ist eben der Quad ganz klar in Richtung eben modernere Musik, bisschen jüngere Leute, die da ein bisschen mehr was Spektakuläres haben wollen, wo der Audio Lab das meiner Meinung nach ein bisschen gelassener, souveräner, vielleicht ein bisschen erwachsener angehen lässt. Allerdings jetzt teilweise mit der Tendenz, ein bisschen zu langweilig zu sein, wo halt der Quad teilweise schon vielleicht teilweise ein bisschen übertreiben kann. Und wenn ich das eben so heftig aussehen lasse, das sind schon Nuancen, aber ich möchte die halt einfach ein bisschen prägnanter darstellen, damit ihr halt ganz klar wisst, was in Sache ist. Weil zum Beispiel bei dem Quad würde ich es so machen. Quad müsste man fast schon vorher kaufen und dann die passenden Lautsprecher finden. Bei dem Audio Lab kann man sich im Prinzip die Lautsprecher kaufen, also praktisch x-beliebige, und der wird sich dann schon einfügen. Weil ich habe ja schon gesagt, dadurch, dass er geradliniger ist, ein bisschen ausbalancierter, spielt er halt mit einem breiteren Spektrum besser klar, glaube ich. Aber wenn ihr generell eben wisst, solche Lautsprecher habe ich und den Klang habe ich, dann könnt ihr, hoffe ich zumindest, jetzt mal ungefähr sagen, welcher der zwei Kombos besser passen würde. Gibt es am Ende des Tages eine Empfehlung für beide? Im Prinzip ja, weil ich sehe nichts, was dagegen spricht. Das ist nichts wirklich krass Schlechtes dabei. Aber wenn ich eben das Geld so umsehe, also den Preis ansehe, mir den Markt so ansehe, die Konkurrenz, bekommt ihr einen schönen Haufen an Anschlüssen. Eine echt top Verarbeitungsqualität, darauf bin ich noch gar nicht angegangen. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, die Lautsprecherbuchsen, also wenn ihr da Banane reinstecken wollt, die sind nur halber drin, lang zum Kontakt. Aber das wirkte irgendwie im Vergleich zum ganzen Rest des Gerätes, wo allerdings der Quad einfach deutlich edler durch die Materialien wirkt, wie eben der bisschen plumpermann, minimalistischere Aussehen, der Audio Lab, wirkt ja das eben ein bisschen rausstechend. Aber ja, weiß sonst nicht, was ich noch sagen soll. Also für das Geld kriegt ihr eigentlich das Typische an Anschlüssen, das Typische an Power, einen gerechtfertigten Sound, eine gute Bedienung. Also ich kann da nicht meckern, das Problem ist halt nur, und deswegen tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, sie zu sehr zu empfehlen. Ist einfach, dass ich in der Preisklasse keine echte Konkurrenz kenne. Ich habe sie mir zwar auf dem Papier angeguckt, aber was heißt das schon wirklich? Denn wenn ich mir die beiden eben im Vorfeld auf dem Papier angesehen habe, dachte ich mir, das wird eine reine Feature-Entscheidungssache, also jetzt Bedienung und so weiter. Aber gerade der doch relativ große Unterschied im Klang war es dann am Ende, dass, ja, das, wie heißt das, das Wegchen zum Umschwung bringt, oder auch irgendwie so weiter. Also ich denke mal, der hat verstanden, was ich meinte. Aber echt schöne Produkte, beides bekannte Marken, qualitativ, also bewährt. Und ja, ich beende die Sache jetzt, bevor mir irgendwie komplett die Worte ausgehen, was das schon seit, glaube ich, fünf Minuten sind. Von daher lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und ja, ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.